Hallo und herzlich willkommen zu FC 25 im nächsten Spiel gegen den 1. FC Köln, nachdem wir im letzten Spiel, also in der letzten Folge gegen Bremen mit 3 zu 0 und gegen Bayern mit 2 zu 1, obwohl wir keine Punkte geholt haben, müssen wir jetzt mal wieder gewinnen. Wir sind aktuell auf Platz 7 mit 12 Punkten, können mit einem Sieg Platz 1 an sich durch die Tordreferenz machen. Müssen wir erst mal wieder nachgefrieren in Hoffenheim. Das kann ja was werden, aber dann, ich würde nicht unbedingt große Wechsel nehmen, direkt so rein wie wir sind natürlich, weil dann auf Legende, daran wird sich nichts anhalten. Immer wieder wichtig, ein Spiel zu gewinnen, aber wir müssen dranbleiben. Also Platz, auf der Top-3-Wer-Pflicht, da ist Pflicht Haufen. Zickt dann, das kann ja nicht so ganz schön sein, sondern Telekom-Schiff zu finden, das ist mir schwer, weil irgendwie das Stream dazwischen Sibirians-Polisch aus passt nicht so richtig. Das soll auch nicht so aussehen. Aber unsere Ausstellung, ja, generell, ist jetzt nicht wirklich etwas Neues. Wir können mit Bilaziner, Vogt, Bohnen, Azmin, Pahl. Damit geht das Spiel aber los. Wir wollen jetzt hier zurück den Ball, aber ich bin dann never mad. Wir werden verloren und kommen direkt mal über den Flügel, wir können uns wieder nicht verteidigen. Ja so. Jetzt ist es überraschend dazwischen. Und dann sagt man, dass der Ecke wird dann doch irgendwie geklärt, nach der Ecke wird geholen. Und eben mal einen kleinen Kampf zu legen. In der Gegend gegen den Reuterlauf und der Reuter immer noch den Ball, weiter Freigang, was den Ball abgenommen hat. Dann sind ja eben nicht so wenig gestern Tabellenfunk gegen die Geier und hergegeben. Ja, wie Bayern das Spiel gegen Evo Kusen noch gewann haben. Wie es gestern für euch ist vorgestern. Das ist das ein spannendes Spiel tatsächlich. Aber das irgendwie so ein Erfolg können wir ja leider nicht anknüpfen, auf gar keinen Fall. Bei uns läuft es ja nicht immer ansatzweise so gut. Es läuft halt unbebeschissen. Einstjömi, Reuterla, 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 Reigaun. Wieder Reuterla. Inyumi, Inyumi. Reschnikar. Eins, du, überragend gemacht von Inyumi und Reschnikar. Jetzt sehen wir es nochmal. Inyumi hat der schönen Flanke und Reschnikar mit einem wunderbaren Kopfball. sich auch mal auszeichnen Ah ja, allein unsichtbar, was Tore schießen betrifft Vorlagen, aktivere Tore schießen Unsichtbar Köln kommt, Köln kommt Tower Stine Und wieder Praschenkast Ein Juni liegt am Runder und ist das nicht gut? Nee, es geht auch nicht weiter für ein Juni Ja, nehmen wir Chiba rein Aber das könnte eine längere Ausfahrzeit für ein Juni bedeuten Und sich direkt schlimm wäre es nicht, dann kommt er nicht Wiederin auf der Bank Praschenkast Das bleibt auf Chiba, die schießt Und macht direkt das 2-1 Und der Janus Weiserlaufen wird Chiba Praschennecker macht das Zuge Und Chiba setzt sich ganz stark durch Heute findet man eine Chance, 2-0 Das sieht wieder ganz solide für uns aus Wir sollen uns darauf zuerst nicht ausruhen Aber wir müssen Am besten immer eins drauflegen Boah, Chiba fast mit einem Traumpass Und kommt immer Bela 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 Ziemel Mischteppich Ziemel Foto Mischteppich Ziemel Ziemel Ich glaube Moment Ziemel jetzt in die komplette Gegenbewegung Balei man stark und stark von Steiner Johannes ganz stark Balei wechselt einen wieder aus Nimm den Single verletzt in der Verletzung und können den Ball bemerken irgendwie kriegen wir den Ball hier weg Balei mit einem kompletten Fehler Beiersinger die reingekommen ist Bergdahnsteiger und das ist der Sinne der Beiersinger bei Köln Zuerst nicht so optimal wenn die zwar noch gegen uns treffen würde Berupt mit der Flanke die er komplett über die Schleppen durchscht da kommt man mal mit Saschnika die den Ball wieder anheben das man verwerten kann es gibt trotz dessen meine Ecke da war eine Wönerin zuerst dran gewesen das er ganz schön zu schauen und und das und mit 2 zum 1 es läuft ja sehr gut ich würde nicht etwas ändern mitnehmen die den ball und kann dünnst bleibt im ball im sitz und geht auf Beigang mit dem Ball aber nicht bekommt, Beigang macht gut Druck, Körnerin spielt einen Fehlpass, er geht auf Braschnikar, Braschnikar schießt direkt auf den Zuckerhund, jetzt hätte das Draino sein müssen, weil da mit der Flanke ist da, Grün kombiniert sich gut, hinten raus, Schneckar macht das Grün, jetzt Stühle ein paar Lüfte mitnehmen, aber funktioniert leider nicht, 9, 1, 0 über den Flügel, können aber nichts ausmachen, ganz knapper Ball auf Körnerlosen, Nienerlosen nimmt Braschnikar mit, die den Ball aber leider nicht mehr bekommt. Schieber auf Braschnikar, Braschnikar ist der 16er, geht dann auf Schieber zurück, Nienerlosen nimmt Braschnikar, Braschnikar, Freigang, Freigang schießt einfach mal unglücklich an den Außenpfosten, der Nachschuss ist auch nicht drin, dann kommt man mit einem weiten Ball aber den können wir in den da stehen, dann kommt man mit dem St und die 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 und die 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 sind und bei es gibt die 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 das köln ist selbst oder auch nicht jetzt kommt es zu mir schon wechseln und dann wollen wir gehen hinter kowalski die Airline zusammenkommen dafür rein, wir kommen aber auch über den Flügel, wir haben da ganz schön viel Platz und ich schaue es auch nicht um zu Moment geht wirklich mit nicht dran vorbei und kommt wieder wir haben es Wecker für die Grönlein und wir können den Ball nicht führen ganz knappe Situation hier die Reutelle kommt noch mehr mit Schiebe die Grönlein mitnimmt die Grönlein ist auch schon fertig wir müssen noch mehr Reutelle mit, die nicht an den Ball kommt und ich dann trotz dessen Eingrufe für Drückt Grönlein und weg halte den Ball direkt eine Jungs ist ganz stark Kraschniker Schiebe Schiebe ich lasse wieder gegen für die Nacht Schiebe schießt 3-0 3-0 fuck eine Nacht Schiebe mehr als verdient das 13-0 ich weiß nicht was die Gegenspielerin wirft sie grätscht komplett ins Leere 5 wichtig 15 schießt sich dann aber und wir gewinnen hier mit 3-2 wichtig wichtig richtig unwichtig dabei waren wir nicht mal wirklich besser waren sie sogar ein bisschen schlechter als Köln juiuiui und dann wir mal ein bisschen mehr Lack da merkt man aber auch schon wenn Stine eine 9,2 hat und damit eigentlich ja nach Kraschniker das beste Spieltum bei uns ist da merkt man wie sehr sie uns den Arsch gerettet hat wenn es der Eingang ein bisschen um sich vor klar sind gekommen nur das trotzdem blüht Kraschniker wieder Tor 2 Vorlagen ist schon sehr stark 2 Tore für Chiba vorgelegt juiuiuiui das nenne ich mal was damit stehen wir wieder auf Platz Nummer 4 mit dem nächsten Sieg gegen die TSG auf Platz 2 landen aber dazu muss Wolfsburg halt erstmal gegen Potsdam verlieren das ist sehr 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 unwahrscheinlich dass das passiert man weiß nie dadurch ist Potsdam 9. ist also Potsdam macht es hier auf jeden Fall besser als in Realife und hier ganze Griffpunkte und in echt ja kein einzigen nicht mal ein Tor haben sie in echt geschossen das ist schon sehr sehr traurig aber wie gesagt das mit Leipzig gefällt mir passiert es auch nicht gibt es auch keinen Abstieg aber trotz dessen das ist sehr gut für uns Juiui fällt für 2 Monate aus wegen einer ausgekugelten Schulter ei 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 na das ist ja was das Team der Woche mit Praschniker, Chiba, Gräbe, Kleinhenne und Tina Johannes das ist ganz stark von uns aber auch Potsdam mit 4 Spielerinnen vertreten nicht schlecht und Anjumi ausnehmen und Stieper darf auf jeden Fall rein oder würde ich einfach mal mitnehmen ist noch nicht ganz fit aber ich würde sie trotz dessen einfach mitnehmen und willkommen in der Prezero Arena und hoffen haben so coole Jacken oder so billig Jacken aber frech ist der Offenheimer mit Frankfurt mit Mimiti Kostler Albe Borska Hartig Weiß Stefan Lech als Zehner ist auf jeden Fall eine starke Mannschaft und tatsächlich nichts geändert außer Chiba in der Stadt aufgrund der Verletzung von Anjumi in der Stadt direkt rein und wieder ein Anstoß ich spiele natürlich zurück wieder im Fafers lieber direkt im Ball besitzt jetzt aber direkt geblockt Laufnahme kommt wieder Mimiti also ich kann blocken aber es ist noch nichts dabei gang m im ins Wundern schuss neben weiter direkt verletzt in der hohe zu schwer ist wegen sich an der schulter das ist es nicht gut Mimiti Kostler über wieder in der mit dem Geld nicht mehr und mit dem Titel zu nehmen und schnitt zu tun nicht ganz schlecht verteidigt es nicht was da sind kein Schalter zu spät Nürnberg zu Nils funktioniert aber nicht gespielt die zunehmenden die münchen die in der nicht weit gespielt es kommt nicht durch er kann wieder spiel dies wird schnick und es ist ein schluss der schluss Wo läuft Reuteler denn auf Heiner hin? Weigern, Barak, Dunst, kriegt den Ball nicht mit. Wer hat Schieber? Ich krieg den Ball nicht auf Schieber gespielt. Es läuft alles gegen uns. Außerdem Geflüge tolden der Rundleuchseur. Nur näher ich schon Eber dotter. Der Dünner ist weg. Muss noch nicht. Sowohl sind Du, da sind50. Das sind viele PreiseATT literally, leersteigerte St greifen! dich vielen Dank so zuschauen sie auch in den Karten der Karten der Bremse! Wir acuteen das Drogen mal mit. Das Blutel ist wirklich genial für eine. schon ganz vorne druck schieber schießt einfach nur der schieber ist wieder da die flanke bringt nichts Und immer noch Dunst mit der Flanke und auch nicht der Antombolantrausse. Ivan fordert den Ball. Dunst auf Prechnica und den Ball auch nicht aufs Tor bekommt. Nein, einer ganz stark. Ivan, Prechnica, Prechnica, immer noch. Niemand läuft vorne mit. So ist die Unterstützung. Interessiert einfach nicht. Die Welt lässt sich komplett ausspielen. Nemethi kommt immer noch im Flügel mit ner Flanke. Immer noch Nemethi, immer noch Nemethi. Johannes muss rennen. Ganz stark gehalten. Und jetzt verliert den Ball gegen Tor, Leif. Denn dann muss nur Flügel driften. Eigentlich nur Tor, Leif. Die Ried lässt aber laufen. Wegen Türen. Absetzt ganz oben. Geht aktuell nichts zu sein. Aber wirklich gar nicht. Auf einem Einkauf mit Nemethi über den Flügel. Können sie ihm nicht aufhalten. Kleine Muskel herren. Macht's ganz stark. Nemethi geht aber sofort wieder in den Angriff auf Reuter. Nemethi bleibt weiter dran am Ball. Und den Ball nicht gut vorgespielt. Gleich ist Pause. Nemethi kommt länger über den Flügel. Noch mal Nemethi. Walter ist dran an mir. Decke. Flanke hoffen. Die Familie geht. Glockt irgendwie. Auf Zeit. Tja. Es wird wieder ein Acker-Match. Schön ausgeglichen. Nachdem wir jetzt kurz vor Ende der ersten Halbzeit sehr gedrückt haben. Und das oft nicht so deutlich war. Mehr abwechseln. Walter kommt vor dem Flügel. Hat dann leider geblasht. Und. Walter kommt nicht durch mit dem Ball. Also kommt auch nicht weiter mit dem Ball. Nemethi. Nemethi ist ganz gefährlich. Und Krössler. Trauer an Krössler. Das ist nicht gut. Nemethi nicht drüber. Und er hat. Erschluss mit. Slotone kann trotzdem weiterspielen. Dort irgendwie weg. Freigang. Grebe. Komm. Irgendwann muss laufen. Irgendwann muss laufen. Chiba. Komm. 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 Zu langsam. Bin gebast. Komm. Vid build. Dick arist serum. Meine Bitte. woke. Und komm. Die anderen sind weg? Da waren ja院. Wenn ich rather Fell auf dem Flügel noch mal 這 disgust. Schiebe, Schiebe versuchst, Schiebe schließt, also dann wieder einmal, dann müssen wir auf Freigang, Ausgleich, wichtig, die Toterinnen kommt nicht raus und das ist der Fehler, 1 zu 1, ganz wichtig, ganz wichtig, die Toterinnen kommen aufeinander, von ihren eigenen Mitspielern geblockt, Freigang stellt, mal wieder ihre Kopfballqualität bereit, rüber auf Plaschnikar, jetzt müssen wir F direkt nochmal nachlegen, Plaschnikar kommt in den Ball, wenn nicht durch, Földner holt den Ball zurück, direkt auf Plaschnikar Kass, die legt sich dann doch nochmal zurecht, Ball wird wieder geblockt, und jetzt mal die Ecke von Barbara Dunst, wieder auf Freigang, die dieses Mal aber zugestellt wird, der Hoteller, der Schnecker, Heber, die einfach mal abschießt, das ist der Fall das Gebäude, der Schnecker, der Freigang Zübert gewinnt den Ball, Träuber kommt Nächtern der Neu, Lern, Gräbe, Schiebe, Schiebeuuu, Es ist langsam echt zum Verzweifeln hier. Wir bringen eine Hänge rein. Wir wollen. Es wird hier langsam echt zum Verzweifeln. Frau Kessler macht das ganz starke Verlusten. Ist da. Es ist eigentlich auch ein Fall. Ganz stark gemacht von Mimiti. Auf halber. Auf halber. Hier. Tja, das ist die gelbe Karte von der Freigabe. Aber völlig zu rechts. Tja, nur die Gegenspielerinnen. Aufneigen. Verletzung von Volker. Und wir gehen da raus. Wir wechseln Pavolek und Cerci ein. Wir sind heute ein bisschen, auch gut präsent vorne, aber leider ein bisschen Chancen tot. Sie müssen ihre Chancen nicht. Deswegen kriegt Cerci einen Satz gegen den Ex-Verein. Aber vielleicht trifft sie noch das Fall. Na ja. Link kommt mit dem Flügel. Wir haben aber geblockt. Und wir haben einige. Der Dunst. gut rein. Auf Freigang. Die nicht hin kommt. So. Ganz stark. Flügel kommt. Flügel kommt Hickelsberger mit. Nuss. Nuss. Hinterher laufen. Flanke. Erlin kann. So weit es geht. Hafe behebern. Fertschuss! Flügel vom Heim. 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 Mit Flügel vom Heim. Dieser Pass auf Mimitris leider ziemlich dämlich, würde ich sagen, aber sie kommt trotzdem zum Entfluss. Ein Fall. Dorson rettet wieder. Scherci verliert den Ball. Matic kommt über den Flügel. Erling kann reparieren. Avalek auf Freigang. Die sieht hier unten Scherci laufen. Scherci läuft, Scherci läuft. Dritte Main nicht. Durchgespielt. Auf Freigang. Die nicht in den Ball kommt. Oh mein Gott. Und dann kommt nochmal der Flügel. Matic. Mit einer wunderbaren Flanke. Die Flügel aber nicht. Gut verendet. Damit endet das Spiel mit 1 zu 1. Oh nein, Praschnika kriegt nochmal die Chance. Praschnika ist aber zu langsam um hinter dem Ball herzuhören. Und dass sie kein Ticken schneller wäre. Boah. 1 zu 1. Der entstand. Und geil. Allein vom Spiel geschehen her völlig verdient dann doch irgendwie. Wenn ich jetzt gerade zum Schluss her sagen würde, wie ihr hätten verdient gehabt. Aber die Statistiken sagen halt wieder was anderes. An sich 3,1 zu 2,4 Tore ist dann schon, oder erwartete Tore besser gesagt, ist dann schon wieder ein ordentliches Zeichen. Aber unsere Schlusspräzision ist jetzt nicht die beste mit 36%. Weil es jetzt war auch riesig, hatten wir ja gerade mal mehr, oder? Gerade in der Schlussphase hatten wir deutlich mehr, deutlich, deutlich, deutlich. Die Leistung, Gunst, Heilgang, Kleinherrne und Stina, Johannes, Schieber, Nürssen. Also richtig geackert wurde ich ja schon wieder gegen Hoffenheim. Praschnika wurde komplett aus dem Spiel genommen. Schade, schade, schade. Wäre mehr drin gewesen. In der nächsten Folge haben wir schon Leipzig und Jena. Dann beginnt auch schon die Rückrunde. Also wir haben nächste Folge Saisonende. Ja, und naja, Saison Neustadt ist ja nicht erst nach der Saison gelassen hat, der Winterpause weiter tatsächlich. Dann haben wir jetzt wieder eine Transferphase. Und dann geht's weiter gegen Hoffenheim und Potsdam. Äh, gegen Hoffenheim, gegen Leverkusen und Potsdam. Wir kommen relativ schnell sogar durch. Oh gut, was ist das hier mit der Folge? Lass einen Like da, lass einen Kommentar. Oder rein, ciao. Tschüss. 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 Tja. Vielen Dank.